Trotz seiner Jugend muss Heinz Kutin auf eine lange Liste von Verletzungen zurückblicken. Vor seinem Bänderis stürzte er beim Neuausspringen in Garmisch-Pantenkirchen schwer. Ich habe ein ziemliches Glück gehabt dabei. Mir geht es wieder relativ gut. Ich habe die Ellen gebrochen und ziemlich Abschürfungen im Gesicht. Das ist eigentlich das ärgste Problem.